und damit herzlich willkommen zu lego harry potter die jahre 1 bis 4 willkommen euren freunde ich muss hier erstmal hier dings ausrüsten da ist es sonst kann ich hier gar nichts machen wir sind dabei sirius black zu befreien bevor er nach asker bahn geschickt wird und das würde bedeuten er würde nie wieder froh werden das wäre echt traurig er würde nach asker bahn eingesperrt werden und so ist das leben halt war hier von noch so ein ding war nicht okay gut dann öffnen wir die kiste hier mit ex gedrückt halten hier weg mit dir ja auch noch bitte sehr gut so wollen wir denn hier lumos da haben wir lumos schnell wechseln zu expecto patrone perfekt sehr gut gemacht genau 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 wir sind jetzt auf rettungsmission denn wir müssen denn wir wollen natürlich nicht dass hier was von den dementoren geküsst wird das würde es würde sich niemals verzeihen können denn das ist ja sein patenonkel und wie wieso sollte er seinen patenonkel opfern wollen das weiß ich nicht das weiß ich so was passiert jetzt hier da kommt doch noch was ja wusste ich doch wusste ich doch irgendwas klopft draußen wieder draußen oder vielleicht drin weiß ich nicht da expecto patronum weg damit so das machen wir auch mal an hier und wie viele haben wir von denen jetzt drei vier vier sogar schon so vengardium diviosa ne reparo sag ich jetzt mal denke das ist reparo so bitte zur seite damit wir da durch können spinnen dazu bringen nichts okay gehen wir hier rein oh das dachgewölbe cool guck mal hier haben wir wieder einen kopf den wir größer machen und der dann explodiert an die tut doch nicht okay habe ich mir eingebildet früher habe ich mir wohl eingebildet ich sehe es jetzt erst dass man hier drüber gehen muss so hier hermine bitteschön und hopp und hopp sehr schön oh gott die wär fast runtergeplumpst so herry bitteschön habe ich gern gemacht oh gott ich wär fast runtergeplumpst hatte kurz angst kurz angst gehabt so jetzt ah guck mal jetzt machen wir hier unsere unsere brücke hin oh ne machen sie harry hin okay wieso harry und nicht mir gehen wir auf das gleiche raus oder sind wir noch nicht so sicher so ja guck mal ob das jetzt harry macht oder sie ganz ehrlich lächerlich lächerlich raus hier du 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 oh blumentöpfe sehr schön oh gott äh hier ach man ey jetzt aber da haben wir noch einen dritten haben wir glaube ich noch einen sehr schön so was mit dir hier eine hacke brauche ich die für da oben ja okay okay oh hier leuchtet was ach der kessel auch gut können wir das schon mal rein tun rein damit zack 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 äh oh da haben wir auch schon das nächste Teil glaube ich dich rein damit rein damit rein damit rein damit aber hier sprich runter ah super batsch kaputt kaputt hier war auch irgendwo ein wappen glaube ich nein war hier keins ich meine ich meine ich hätte in erinnerung dass da mal ein wappen war naja egal doch hermene dann mach mal auf oh ist aber sehr dunkel ne ich habe jetzt oh gott da unten dann das dann das oh ne falsch okay das 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 und das ist sehr schön ah den können wir nehmen super also ich hatte ja echt das gefühl dass da früher mal ein wappen war aber vielleicht bild ich mir das echt ein so so Harry komm schnell her trink das oh gott oh gott oh man ey okay nerven mich jetzt nicht ich muss mal eben hier oh alter danke danke und jetzt nervt mich doch nicht so doll doch schnell weg hier oh gott sie kommen hinterher oder was es ist auch Betrug hier doch lass mich jetzt in ruhe danke 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 uuuu aaah uuuu urgh spektro patronum ok ok oh gott ach man ey so hier weg 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 mit euch alter ich krieg das nicht mehr hin euch das auch so ne und du auch noch so danke super so hier schnell ausleeren oh gott sorry das auch noch hier aua aua oh gott ey weg jetzt hier oh gott voll daneben weg weg und du auch noch oh gott 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 schnell nach hinten äh ok so auftauen ich weiß gar nicht ob das jetzt da was gebracht hat ja hat was gebracht sehr gut sehr gut oh mein gott es läuft eigentlich echt gut oh nein wir haben das eine wappen verpasst Leute tut mir leid tut mir leid wir haben das eine wappen verpasst von diesen komischen kerzendingern fällt mir jetzt gerade ein Och Hermine du standest im weg ah guck mal ich kann auch zielen und dann geht das besser außer wenn Hermine im weg steht da ist noch einer ok oh gott was anfällt er hier wieder oh gott alter das kann doch jetzt nicht mein ernst sein hier oder was oh man ey ach danke ja 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 ich bin wieder eingefroren so und weg mit dir du Dämon BAMBADA aua auf mein Hals das ist halt weh das zu sagen aber gut gemacht Hermine sehr schön ach mein Arm tut richtig weh ich weiß nicht wieso aua vielleicht liege ichs bisschen blöd oh ich will nicht überspringen sorry tschüss Sirius wir sehen uns ja bis dann Häh Häh ih ihr da ne ne Ãh heheheh heheheheh heheheheh gut gemacht Leute sehr gut Leute Hätten wir Der Gefangene von Azkaban Auch abgeschlossen Dann geht's im nächsten Part Dann Richtung Ähm, ne? Gott, wie heißt das? Kammer des Schreckens? Ne, Feuerkech Bis dann, euch hab ich gehofft an Und ciao